Welcher Wein eigentlich Wien am besten repräsentiert? Ganz klar, das ist der Wiener gemischte Satz. Denn genau wie Wien ist der Wiener gemischte Satz ein Melting Pot von verschiedenen Einflüssen, Charakteren und Geschmäckern. Die Spezialität, die das Gebiet am besten schreibt in Russen, ist natürlich der Russen Ausbruch, ist der Süßwein. Ganz klar. Ich denke, über den grünen Wattliner ist das meiste bekannt. Bei uns gibt es ihn in drei verschiedenen Ausbaustilen. Der Wein aus unserem Haus, der das Mittelburgenland am besten verkörpert, ist ganz klar in Siglo Sagittari, das Zeichen des Schössens. Welche Charakteristiken spiegeln sich sowohl in meinen Weinen als auch im Weinbaugebiet Kanuntum wieder? Und ich denke, das ist vermutlich die Tiefgründigkeit. In meinen Weinen spiegelt sich die Frische und die Fruchtigkeit der Sorten und auch der kühlen Nächte und heißen Tage im Sommer wieder. Genau diese Eigenschaften, diese spezielle Charakteristik des Weinviertels, diese differenzierte Natur, wo er jede Böschung mit dem Weinstock kommuniziert. Und der Wein, der Wein ist der beste Spiegel, der das wiedergibt. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass die Südsteiermark und unsere Weine so einiges verändern, wie zum Beispiel die Komplexität, die Vielseitigkeit und auf jeden Fall ein gewisses Maß an Würze. Das sonnige Klima, die zugänglichen Menschen führen zu einem charmanten Rotweinerlebnis. Große Kunst ohne Allüren. Große Kunst ohne Allüren.